Ich habe gelogen. Oft. Ich habe oft gelogen, mit jedem einzelnen Mal, als ich die Zuversicht verkauft habe, wir schaffen das. Obgleich ich doch gleich wusste, nicht so, mit so kleinen Schritten. Ich frage mich, warum ich dennoch okay gesagt habe. Warum ich mich auf ein zu kleines Go einläs und bekundete, es sei doch der erste Schritt in die richtige Richtung. Obwohl ich doch wusste, diese Schritte werden zu klein sein. Lügt man mit, wenn andere sich selbst belügen und man es billigt? Oder lügt man bereits, wenn man bewusst die ganze Wahrheit verschweigt, nur weil der andere sie nicht hören will? Sicher ist wohl, dass man dadurch alternative Realitäten erschafft. Wahre Lügenkartenhäuser. Die sind dem Einsturz geweiht und werden alles unter sich begraben, was da zuvor war. Auch die Wahrheit. Und wer verantwortet das? Der Lügner? Der Mit-Lügner? Werde ich zum Lügner, wenn ich es den Leuten einfach nur recht mache? Ich befürchte ja. Darum genug vom allseits beliebten Fake it till you make it. Besser hin oder auch zurück zum Integren Grow slow and steady. Zurück zu der Wahrheit kehren. Auch wenn es weh tut. Ich bin eingeknickt. Habe weggenickt, statt mit nichts zu gehen. Habe mich letztlich den Zweifel ergeben, mich nicht genug eingesetzt zu haben und dem schalen Gefühl, ich habe gelogen. Ich trage die Verantwortung durch mein Wissen. Dieses Wissen muss sich so vermitteln, dass Klarheit herrscht im Kopf. Und der Wille, es im Herzen anzugehen. Das ist mein Ehrgeiz. Nicht für mich, sondern für die, die sich mir anvertrauen. Dafür will ich wieder zurückkehren, wofür ich angetreten bin. Die Finanzprobleme der Menschen zu lösen. Authentisch, ehrlich und in klaren Worten. Hierzu gehört es eben auch zu sagen, so geht das. Nur so. Und falls du nur die Hälfte machst, dann wird das auch nichts. Hierzu gehört auch, dass ich nachhalte und nicht Ja, okay sage, wenn es eben nicht Ja, okay ist. Mathematik lügt eben nie. Wir Menschen scheinbar oft. Paradoxerweise speziell, wenn es um unser eigenes Wohl geht. Sofern wir uns aus der Komfortzone bewegen müssen. Und vielleicht ist es nur bequem zu lügen. Oder mit zu lügen. Und wahrscheinlich endet die Komfortzone genau da, wo die Wahrheit beginnt. Wie zu tun. Genau da werde ich nun wieder warten. So let's go. Get it on.